Montage der Raumteile Schreiben Sie die Masse auf. Element C um 3 mm kürzer als die vorgesehene Höhe des Raumes. Das Element A um 38 mm kürzer als das Element C schneiden. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Element B wieder an Element A anbringen. 12 Schrauben eindrehen. Leiste A mit Leiste B ausgleichen. Auf der anderen Seite wiederholen. Montieren Sie die Leiste C. Wiederholen Sie den Vorgang. Markieren Sie die Position der Löcher. Bonzi Die Leiste. Zwei HDF-Pierre. Laten 175 x 65 einlegen. Zwei HDF-Pierre. Zwei HDF-Pierre. Zwei HDF-Pierre. Zwei HDF-Pierre. Zwei HDF-Pierre. Vielen Dank.